Hallo und herzlich willkommen hier aus der Sommerpause. Ich bin jetzt wieder zurück über diesen Kanal und in den Sommerferien habe ich mir einige Gedanken gemacht, wie ich denn in Zukunft hier erscheinen möchte und wie ich mit euch ins Gespräch kommen möchte. Und dazu gibt es erstmal in der näheren Zukunft ein kleines Projekt, das hat mit unseren Konfirmationen zu tun, denn im Oktober wird hier in der Johanniskirche werden die Konfirmationen sein und jetzt schon im September fangen die in der Dionysiuskirche an und für die Konfirmantinnen und Konfirmanten in der Johanniskirche und mit denen sozusagen habe ich ein kleines Projekt vor. Das wird auch hier dann als Film und als Video gesendet sozusagen und ansonsten würde ich mich gerne hin und wieder über diese Form bei euch melden und über Themen sprechen, die mich bewegen. Ganz regelmäßig möchte ich mich ab kommender Woche mit meinem Podcast melden. Einmal werde ich auf meinem Podcast meine Predigten, die ich am Sonntag halte, veröffentlichen und als zweites werde ich einmal in der Woche. Am Mittwoch werde ich nochmal eine kleine Sendung machen, die den jeweiligen Wochenspruch dann zum Thema hat. Ich stelle mir das ganz schön vor und freue mich, wenn ihr eben auch meinen Podcast abonniert. Ich bin ein alter Radiohörer und insofern passt das mit dem Podcast für mich sehr gut. Wie sich das dann auch vielleicht noch weiterentwickelt, das werden wir sehen. Auch da habe ich ein paar kleine Ideen. Und dann noch eine kleine Einladung. Wer Lust hat, jetzt am 15. September mit uns mitzudenken, wie es in der nächsten Zeit in der Johanneskirche aussieht, der ist herzlich eingeladen, da mitzudenken. Wir haben einiges vor und manches müssen wir auch gut miteinander durchdenken. Zum Beispiel, wie sieht das eigentlich mit Weihnachten aus? Wie wollen wir Weihnachten feiern, wo wir einfach die Kirche nicht so voll machen können, wie wir es eigentlich gerne hätten? Also unser 16 Uhr Gottesdienst, da musste ich in den letzten Jahren immer wieder auch Menschen wegschicken, weil wir so viele waren und so viele sind sehr schnell in der Kirche. Wir müssen also andere Formen finden, um einen tollen Heiligabend feiern zu können. Und auch dazu lade ich schon ganz herzlich ein. Am 15. September, Dienstag um 19 Uhr, treffen wir uns, um das zu besprechen. Herzliche Einladung dazu. Ich freue mich auf euch. Bis bald und bleibt behütet!